Meine Name ist Asha. Sie unterrichtet uns gut und sie ist eine gute Lehrerin. Vielen Dank. Guten Tag. Mein Name ist Kartik Hergumar. Ich bin ein Student in Korte. Mein Deutschlehrer Name ist Fenni. Er ist ein guter Lehrer und ein guter Freund. Ihr Unterricht ist sehr gut. Ich kann seinen Lehrern Liste verstehen. Guten Tag. Ich bin Saafilje. Ich bin 82 Studentin Marilicherer. Meine Lehrerin heiße Schröthi. Sie unterricht uns gut und sie ist eine guter Lehrerin. Ich schon Lehrertage viele Tage. Guten Tag. Ich heiße Indizazir. Ich bin 80 Studentin Marilicherer. Meine Lieblings Lehrerin ist Schröthi. Sie ist gute Lehrerin. Sie ist eine 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 gute Lehrerin. Guten Tag. Ich heiße Archa Vishwun. Ich bin 80 Studentin Marilicherer. Meine Lieblings Lehrer ist Schröthi. Sie unterrichtet Sir Good. Sie ist Sir from English Middle ERA Schöthi. Sie ist wise V-Man unterrichtet. Sie ist Sean of Ford C. C. Stranghister. Sie ist meine bester Lehrer. Mein Name ist Archa Vishwun. Ich bin 82 Studentin Marilicherer. Meine Lieblings Lehrer ist Schröthi. Sie ist der gute Lehrerin. Sie ist sehr strenger. Ich verstehe Ihre Lehrerin, Ihre Unterricht, weil sie sehr freundlich ist. Sie ist sehr intelligent und hoflich. Sie ist sehr aufrichtet. Hallo. Guten Tag alle. Ich bin Abhirami. Ich bin Studentin von Ewan Marilicherer Branche. Meine Lehrerin heißt Asha. Sie ist eine gute Lehrerin und sie unterrichtet gut in Grammatik. Alles Gute zum Lehrertag. Vielen Dank. Hallo. Guten Tag. Ich bin Abhisit Vimohanan. Ich bin Ewan Studentin von Ewan Marilicherer. Sie ist eine gute Lehrerin. Alles Gute zum Lehrertag. Vielen Dank. Hallo. Guten Tag. Ich bin Abhisit Vimohanan. Ich bin Ewan Studentin von Ewan Marilicherer. Meine Lehrerin heißt Asha Danieler. Sie unterrichtet sehr gut. Und sie ist eine gute Lehrerin. Alles Gute zum Lehrertag. Vielen Dank. Bye. Hallo. Guten Tag alle. Mein Name ist Abhisit Vimohanan. Ich bin Ewan Studentin von Marilicherer. Meine Lehrerin ist sehr gut und unterrichtet sehr gute Grammatik. Alle Gute zum Lehrertag. Vielen Dank. Guten Tag Anneli. Mein Name ist George. Ich studiere in Tirovalla und möchte etwas über meinen Deutschlehrer sagen. Meine Deutschlehrer heißt Elja und sie unterrichtet Deutsch sehr gut. Für die Lehrerin ist ganz gut und unterrichtet sehr gut und unterrichtet ist sie uns. Sie arbeitet daran, sie sprechen zu verbrechen. Schon an der Reiter tag. Happy Teacher's Day. Happy Teachers Day! Happy Teachers Day!